Hallihallo meine lieben Turnfreunde, willkommen zu einem neuen Video in meiner Turnwelt. Heute mache ich ein Radwendetutorial für euch, weil jemand gefragt hat, wie es geht. Dann würde ich auch mal sagen, los geht's! Wichtig ist, dass wir vorher auch Wärmbeisern verletzen können. Für die Radwende braucht ihr einen Ratschlag und einen Handstand. Dann sucht euch eine Erhöhung, um darauf nachzumachen und dich abzudrücken. Danach versucht ihr es nochmal ohne Erhöhung. Wichtig ist, dass ihr dabei ganz kurz nicht auf dem Boden seid. Dann versucht ihr rasch wegzumachen und danach den Strecksprung. Dann macht ihr dabei euer Bein hoch und das ein bisschen schneller. Jetzt versucht ihr, einen Ratschlag zu machen und dabei eure Beine am Ende zusammen zu machen. Jetzt versucht ihr es mit Anhüpfen. Danach mit Anhüpfen. Danach mit Anhüpfen. So, das war auch schon die Radwende. Auf diesem Wege möchte ich mal die Talia Lara grüßen, weil sie sich das Video gewünscht hat. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie auch unten in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat und ich euch weiterhelfen konnte, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Dann würde ich auch mal sagen, bis zum nächsten Video und tschüss. Tschüss. Tschüss.